Okay, ich glaube, es sind alle bereit. Ich hoffe, ihr seid auch alle bereit. Ihr habt Getränke dabei und nette Menschen, mit denen ihr hier die Show genießen könnt. Zum Jeopardy muss ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Das gibt es seit zehn Jahren. Letztes Jahr mussten wir leider eine Pause ertragen, aber ihr seid wieder hier. Zack und Schneider. Danke. Ray und Schneider, sorry. Ich bin das noch voll gewöhnt vom Radio Talk, weil die Münchner hier eine echt tolle Show hinlegen. Gerade eben den Talk zu Maritim Robotics. Jetzt ist Hacker Jeopardy, die Radio Orga. Alles sehr großartig. Dankeschön. Und ich wünsche euch allen viel Spaß. Applaus Ich bin das noch voll gewöhnt vom Radio Talk. Eine schöne Melodie. Ja, herzlich willkommen zum Hacker Jeopardy. Ich hoffe... Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig und würd gleich sagen, dass wir das nie wieder machen. Auf jeden Fall in diesem Gebäude. Ich weiß nicht, es sind... Wer hier war noch nie in Hacker Jeopardy? Auweia. Wer kennt die Regeln von Jeopardy nicht? Gut, das ist eine verschmerzbare Grenze. Ganz kurz, es kommen Antworten. Und wir erwarten Fragen, zu denen die Antwort passt als Frage der Antwort. Wir brauchen als erstes Kandidaten. Die Kandidaten sollten sich ganz kurz die Kategorien anschauen, die wir in dieser Runde spielen. Das sind Programmcodes, die einen Film umschreiben. Floppy-Tunes, die bekannte Melodien mit einer Floppy abspielen. Prompt von bekannten oder weniger bekannten Programmen, also wie die sich melden, wenn man sie startet. Kleine Passagen aus Mahnpages, wir würden gerne wissen, aus welcher Mahnpage. Und koaxiale Stecker zum Übertragen von HF-Signalen. So, es sollten hier gerade im Publikum so ein paar Ballons rumfliegen, das hat noch nicht so richtig geklappt. Werft die mal. Wer Lust hat, mitzuspielen, sollte sich einen dazu fangen und damit vorkommen. Tut es mal in die vorderen Ränge, hier bringen die Ballons. Traut sich keiner. Oh, der Erste traut sich. Wir haben den Kandidat Nummer 1 mit dem gelben Ballon. Wir haben Kandidat Nummer 2 mit dem blauen Ballon. Den Ballon bitte mitbringen. Einer fliegt noch. Wir können drei oder vier Kandidaten verkraften in der ersten Runde. Traut euch ruhig, jetzt ist es relativ schwierig diesmal. Nein, wir glauben, die erste Runde ist machbar. Oh, jetzt hat jemand den Orangenballon erwischt. Gibt es erste Verletzte? Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit von Begaraferin darauf hinweisen, dass es wahnsinnig tolle Preise zu gewinnen gibt. Aber da wir zwischen vier Kandidaten haben, müssen wir noch nicht allzu viel lüften. Wir möchten nur so viel. Dieses letzte Radio, das Ant im Schweiß seines Angesichts aus der kaputten Teilekiste repariert hat, ist unser Trostpreis. Sekt bitte, die Kandidaten. Okay, dann können wir anfangen. Hau auf den Knopf und sprich deinen Namen laut und deutlich ins Mikrofon. Petschke. Muss ich irgendwas drücken? Nö. Petschke. G-Schattenkarten. Fast. Ja. Gut. Dann der Nächste. Christian. Das riecht nicht so, ja. Der Nächste bitte. Ja. Ich bin Philipp. Das klappt auch gut. Player vier. Das hat nicht funktioniert, Zeck. Ah, jetzt Player vier. Bevor wir loslegen, noch mal ganz kurz. Wer von euch hat noch nie Jeopardy gesehen? Genau, perfekt. Die Kandidaten sind vertraut, also bitte denkt dran als Frage. Wir brauchen... Einen Zufallsgenerator. Einen Zufallsgenerator. Hat jemand einen da? Einen Zufallsgenerator. Wir hatten euch eine Bestechung versprochen, dass ihr das wieder macht. Ja, dankeschön. Wir haben was gewählt. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Hier wird Nomate gebracht. Danke, Zeck, dass du hier warst. Wir machen weiter. Hüte ich nicht. Nein, ich bin ein Zufallsgenerator. Ich bin ein Zufallsgeneratorator. Hüttel. 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 Und hier ist nochmal ein Zufallsgenerator. Das ist nur für 200. Oh, gut. Lassen wir es mal durchgehen. Das können wir leider nicht gelten lassen. Doch, auch für 200? Ich hätte es gelten lassen. Jemand anderes? Okay. Dann lassen wir es doch gelten. Ich finde, wir sollten nicht gleich so abstehen. Dann machen wir es für null Punkte. Hau doch noch mal drauf. Gib sie ihm, dann bleibt es bei null. Und er darf weitermachen, oder? Ja. Das fährt. Man für 200. Man für 200. Was ist TuneFS? Richtig. Was ist? TuneFS. Sicher, dass es in TuneFS nicht drin ist? Kann mal jemand nachschauen, bitte? Wir lassen das gelten. Dann darfst du gleich weiter aussuchen. Koax für 200. Ah, 200. Was ist das denn? Der passt auch aufs Radio. Ja, der passt aufs Radio. Also bitte. Wer hat denn an seinem Radio die... Okay. Dürft jetzt wieder buhen. Was ist SMA? Richtig. Das ist richtig. 200 scheint zu deinem... Die anderen dürfen auch... Das ist kein Bingo, wo man Linien machen muss. Dann sagst du jetzt. Floppy für 200. 100. Oh! Was ist Tetris? Ja. Go! So wird das nichts mit 4 gewinnt. Oder wie klingt Tetris? Floppy für 100 bitte. Für 100? Ja. Ja? Was ist Space Invaders? Was ist Star Wars? Wer war jetzt dran? Was ist Star Wars? Ja, ist besser als Space Invaders, oder? Für 100 müssen wir's durchgehen lassen, ja. Aber für Space Invaders hätten wir mehr abziehen müssen. Filmcode für 200. Hey. Ja? Was ist Super Size Me? Das ist richtig. Jetzt gibt's keine 200 mehr. So schön. Was machst du jetzt? Filmcode für 400 bitte. So. Was ist True Story? True? Nein. Nein. Ja? Was ist die unendliche Geschichte? Richtig! Ich hab nur eins zu uns. Dann kannst du gleich weitermachen. Das funktioniert wie Pong, oder? Floppy für 400. Das funktioniert wie Pong, oder? Nein. 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 Wie lang sind die Sack? Was? Ich find das schön. Ich hör das gerne. Okay. Nein. Weiß ist das Publikum? Ja! Ja! Und es ist? Oh ja, hier ein paar Kamerablocker. Oh ja. So, jetzt brauchen wir wieder ein Zufall. Ich hab dir gesagt, die Dinge aus deiner Jugend kennt keiner mehr, aber gut. Der Zufall, der Zufall. Haben wir Zufall? Der Zufall wählt? Der Zufall weiß nicht, was er wählt. Vier. Schon wieder vier. Ja, Zufall. Debian-Zufall? Player vier. Such dir was aus. Filmcode für 300. Filmcode für 300. Was könnte das für ein Film sein? Ja? Was ist 300? Richtig! Jo! Das war doch jetzt nicht so schwer. Filmcode für 100, bitte. Okay. Was ist Star Trek? Ja! Filmcode für 500, bitte. Ja, dann. Player vier. Was ist 7? Richtig! Das ist 7. Das kompiliert nicht. So, jetzt müsst ihr wohl und wer will doch an die anderen Kategorien? Prompts für 100, bitte. Prompts für 100. Welches Programm könnte das sein? Welches Programm könnte das sein? Bei 100 können wir noch Tipps geben. Was ist F-Disc? Nein! 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 Nicht so viele Klammern. Was ist Python? Richtig! Alles beißt! Ich wollte gerade noch sagen, es ist nicht Cobra, aber es ging ja noch. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 300. Nun denn. Was ist Ghostbusters? Was ist die Musik zu Ghostbusters? Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 500. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 300. Floppy für 200. Was ist die Musik zu The Great Jonah Sisters? Sorry? Bei der 500 ist Raten immer ein bisschen gefährlich. Ich weiß es ist von Chris Hülsbeck. Ich habe das Gefühl, das Publikum weiß es ja. Zumindest Zeile. Es ist Monkey Island. Die sind alle älter als ihr, macht euch nichts draus. Es ist nichts von Chris Hülsbeck. In der ersten Runde schon das Publikum beleidigen, ist gut oder? Wir brauchen schon wieder Zufall. Der hat die 100 gewählt. Was ist die 100? Die 100. Es gibt keine 100, die 1 meine ich. Der hat zu viele Felder. Mach du mal. Okay, man für 100. Verdammt. Welcher Manpage könnte das stehen? Was ist die Manpage zu CP? Nein. Nein. Was ist die Manpage zu LS? Richtig. A ist übrigens die Antwort. War das nicht meiner? Dann kannst du weitermachen. Manpage ist für 300. Aber okay. Manpage ist für 300. Ihr habt immer noch kein Double Japanese gefunden. Funktionieren die wirklich? Ja. Was ist Netcat? Nein. Was ist die Manpage zu SSH? Richtig. Jetzt finde das Double Jeopardy und rette deinen Score. Brauche ich positive Punkte für Double Jeopardy? Hm? Na, du darfst ja aus den Punkten, die da sind, verdoppeln und nicht aus deinen eigenen. Achso. 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 Hey, du bist mal. Wehe die Klappen nicht, Sack. Dann sag doch was. Dann? Ähm, ja dann Prompt für 300. Ah! Ja, alles. Alles. Er setzt alles. Okay. Welches Programm könnte das sein? Das ist auch älter als hier. Nein. Nein. Er darf alleine. Ah. Wir waren uns bei der Versionsnummer nicht ganz sicher, ob da noch eine Stelle dazugehört. Könnten mehr geworden sein, ja. Ist das überhaupt gerundet oder ist das zufällig identisch? Ich muss nur raten, was ist ZSNES? Die haben auch mal so krumme Nummern gemacht. Nein, leider nicht. Das ist offen für alle, ja. Ja? Philipp. Was ist LaTeX? Richtig. Oder Tech. Das ist Tech. Eigentlich Tech. Ja. LaTeX ist... Nein, LaTeX ist nicht Tech. LaTeX ist nur ein Paket dafür, ja. Aber wir können was abziehen, oder? Ja. Gebt sie ihm. Wollen wir es durchgehen lassen? Er ist großzügig, ja. Ah, okay. Lassen wir nochmal durchgehen. Hallo. Dann darfst du auch gleich die nächste Frage aussuchen. Äh, Antwort. Ich hätte gern Prompts für 400. Kommts. Schreit die echt immer so? Damals gab es noch keine kleinen Buchstaben. Ja? Was ist Alisa? Elisa. Richtig. Was ist Elisa? Dann darfst du weitermachen. Ähm, Mainpages für 400, bitte. Mainpages für 400? Ja? Wie... Was liest dich in der Mainpage für OpenSSL? Revocation Certificates bei OpenSSL. Doch könnte man erzeugen, aber steht so nicht drin. Nö. Ja? Also da erzeugt man ja eher CALs und keine Revocation Certificates. Wofür gibt es Revocation Zertifikate? Ist falsch, oder? Oh, ein Wettenpasser. Oh, ein Wettenpasser. Ah, rar. Was ist die Mainpage für GnuPG? GpG, richtig. GpG, ja. Soll das so? Manpage 500. Ja? Was ist Firefox? Richtig. Was ist die Mainpage für Firefox? GpG, richtig. GpG, ja. GpG, ja. Promts für 500, bitte. Promts für 500. Also bei XXX Stände der Programmname. Was ist MySQL? Richtig. Ja. War doch gar nicht so schlimm. Schwierig. Jetzt müsst ihr leider die letzte auch noch spielen. Na gut. Koax für 300. Das ist jetzt nicht mehr SMA. Ja, wenn es keiner weiß, dann müssen wir auch nicht mehr raten lassen. Das Publikum sagt, es ist der... Der N-Stecker. Okay. Habt ihr keine WLAN-Kabel zu Hause? Ist an jedem WLAN-Kabel dran gewesen früher. Du sagst es, früher. Ja, früher. Dann macht mal... Der Zufall wählt den... Der Zufall wählt die 100. Ja. 1, 4... 1, 4... 1, 4... 1, 4... 1, 4... 1, 4... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 6... Was ist das? Genau anschauen. Was ist Reverse-SMA? Richtig! Das sind die bösen Antennen, die man aufs Radio schrauben kann und dann trotzdem keinen Empfang hat. Wer hat sich das ausgedacht? Dann bleibt nur noch die letzte Frage. Was ist eine schlechte Idee? Nun, das lassen wir nicht durch. Ich glaube, das können wir gleich auslösen. Weißes ist Publikum. Da vorne einer, zwei, drei. Ja, es ist FME richtig. Und wofür steht FME? Das ist eine gute Frage, ja. Richtig. Er weiß es sogar vor. Er war früher Antennenstecker für Externantennen, für Handys und sowas verbreitet, in Auto-Einbau-Kits und sowas. Nun gut. Damit wäre die erste Runde beendet. Wir haben einen klaren Sieger, muss man leider zugeben. Ja. Also Patch gehalten, ich bitte für das Finale bereit. Unser Platz zwei. Ich habe jetzt zwei Runden Zeit für Chunk, oder? Zwei Runden Zeit für Chunk, dass du fit fürs Finale bist. Mir wurde hier eine Mate versprochen. Player vier bekommt als Trostpreis ein schönes T-Shirt, das uns die Digital-Courage zur Verfügung gestellt hat. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du ihn auch gegen eines der anderen dort potenziell umtauschen. Welche Größe bräuchst du denn gerne? XLL, ERL, oder? ERM. Sehr gut, dann schau mal da. M gibt's nicht. M gibt's nicht? Doch, doch, wir haben alles da. M gibt's auch. Ah, M gibt's auch. Die Ballons können schon mal wieder ins Publikum geworfen werden, bitte. Und wir zeigen die nächsten Kategorien. Und für die beiden anderen hätten wir noch Buttons und Dings hier. Yay, Buttons. Buttons hier. Nein, der geht nicht. ARCAP-Aufkleber, Dings. Be exzellent. Mehr Buttons. Ja. So, wir haben diesmal eine Bilder-Rätsel-Kategorie. Die Ballons noch nicht krapschen, bevor ihr überhaupt wisst, worum es geht. Wir erwarten Experten in diesen Themen. Hello World, von einem Computer vorgelesen. Ich würde sagen, die schwierige Kategorie des Abends, DNS-Sec. Wir haben gesagt, sie ist nicht lösbar, aber man sollte es trotzdem spielen. Dann Smartwatches, aber keine ganz aktuellen Modelle. Und einiges um den Themenkomplex der Hexen. Ja. Ah, wir haben schon einen. Vielleicht haben wir da auch Experten für. Wir haben schon einen. Wo sind der Rest? Wir haben zwei, drei. Gibt es noch einen vierten Ballon unterwegs? Da oben fliegt noch ein Ballon. Ganz hinten in der Ecke. Vielleicht ein DNS-Sec-Experte, der könnte hier abräumen. Wo ist unser DNS-Sec-Experte? Schreibt ihn mal und werft ihn wieder ein. Sonst müssen wir hier vorne noch einen starten. Sonst machen wir Konkurrenz-Ballons. Start hier nochmal einen Konkurrenz-Ballon da unten. Er kommt, er kommt. Unser vierter Kandidat ist unterwegs. Er fasst doch schon mal die Namen da unten. Genau. Hau auf den Knopf und sprich deinen Namen deutlich. Jetzt das Mikrofon. Ich bin ein süßes kleines Pony. Ich kann dir jetzt schon sagen, den wird der Zufall nie auswählen. Einfach zu lang. Was? Ganz rechts. Der Flix. Die Software ist von 1900 irgendwann, die kann keine Umlaute. Helmchen. Die Software kann seit diesem Jahr immerhin JPEGs. H-E-L-M-C-H-Y-N. Ich bestehe darauf. H-E-L-M-C-H-Y-N. Um sich vom Lord abzugrenzen. Hau auf den Knopf. ein cham einfach. A-S-D-F-123. Student 4. Woher weißt du mein Routen-Passwort. Jetzt hab ich Angst. Das ist ja auch mein Kochbar. Ja, also die Kategorien sind grob klar, wir erwarten bei dem ersten das lösende Bilderrätsel, beim zweiten muss man zuhören, da wird vom Computer gesprochen, ein Hello World, wir möchten die Sprache wissen, also was ist Hello World in irgendwas, DNS-Sec wie gesagt kann eh keiner lösen, außer ihr erkennt euch zu viel damit aus, sonst müsst ihr euch mal die Vorträge dazu anhören, Smartwatches, Bilderkategorie und rund um unsere Hexen, ja, anfangen tut der Zufall und da wäre glaube ich die 4, oder? Ja, die 4. ISDS, bitteschön. Ich darf mir jetzt was aussuchen? Ja. Und in dem unteren, wenn du direkt das Double Jeopardy treffen möchtest, ist so ab 300 oft. Ich nehme dann Hello Speak für 200. Das ist ungefährlich. Publish static void main string args system dot out dot p-r-i-n-t-l-n. Was ist Hello World in Java? Richtig. Zum Einstieg was Einfaches. Du darfst weitermachen. Okay, äh, 300. Hello Speak in 300. 300? Number includes St. Theodayage and main puts. Äh, was ist Hello World in C? Ja. Richtig. Ich sagte aber 300. Tja, Pech gehabt. Achso. Ja, okay. Ja, dann möchte ich noch. Die 300 kommt auch noch. Genau. The infamous Hello World program. Romeo, a young man with a remote. Das ist Shakespeare. Ja, richtig. Wo geht's weiter? Rätsel 100. Rätsel. Rätsel. Jetzt ist das Querdenken gefragt. Was ist das? Ja. Ja. Was ist ein Raubkopierer? Ein Raubkopierer. So schauen die aus. Mach mal Rätsel für 400. Für 400? Gleich in die 400. Oh. Ja. Alles drauf. Ich bin wahnsinnig. Das sieht man schon am Namen. Alles. Wir können leider jetzt nicht helfen bei Double Jeopardy. Das kann man selber lösen. Hände hoch von allen, die es schon raus haben. Ja. Bei Double Jeopardy muss er antworten. Was ist eine Schlüsselkarte? Oh. Es ist nicht ganz falsch. Aber es ist nicht der gesuchte Begriff. Jetzt können alle drücken. Wollen wir für Schlüsselkarte ein bisschen was gutschreiben? Was ist Key Pass? Key Pass? Nein. Wo ist denn da ein Pass? Ich sehe da keinen Pass. Und man speichert Schlüssel? Da ist kein Pass. Macht mal weiter. Ist wieder offen? Nee, aber das ist, wenn man Peak Ass umsortiert. Ah. Es ist aber auch kein Peak. Ja, nee, es ist Schlüssel. Nein. Ja, okay. Er hat ja gar nicht gedrückt. Wir können es ihm nicht mal falsch rechnen. Er hat nicht mehr gedrückt. Was? Es will keiner mehr drücken. Es will keiner mehr drücken. Was ist? Es ist Aski. Es ist Aski. Aber Iggy, schreib doch unserem Double Jeopardy ein paar gut. Weil ich fand es so schlecht. Schlüsselkarte war jetzt nicht so falsch. Der Zufall muss in der Zeit wählen. Er wählt der Flix. DNSSEC 300. Ja. Wie wird den DNSSEC... Glaubwürdig abgestritten, dass ein Name existiert in der Zone. Ja, das kann man gelten lassen. Wie wird es gelaufen? Sehr schön. Jetzt, wo du deinen Eintritt geschafft hast, geht es gleich weiter. Kann ich die ganze Reihe voll machen. DNSSEC 400. Was ist der TNSA-Rekord? Richtig. Auch richtig. 500. Seid froh, dass es kein Double Jeopardy ist. Aber zu viel helfen wollen wir jetzt auch nicht, sonst drückt doch wieder er. Wer im Publikum weiß das? Ich hab's dir gesagt. Da solltet ihr aber alle mal googeln. Ah. Ah. Haben wir dafür einen Preis, der den Begriff verdient? Nun gut, dann. Ja. Lass es uns wissen. Lass es uns wissen. Der OpenPGP Key Record. Dafür gibt es einen hygienischen Gründen-Überwacht-Schild. Damit lassen sich OpenPGP-Schlüssel sicher publizieren. Solltet ihr alle mal eintragen für eure. Nachdem ihr eure Domäne auf den NSSEC umgestellt habt, euer Registrar gefraudet habt, die Vorträge geschaut und so weiter und so fort. Wir brauchen wieder einen Zufallsgenerator. Wer aus der Zufall wählt, ich bin ein süßes Pony. Haben wir nicht. Der ist klein, oder? Ja, ein kleines süßes Pony. Ein ganz kleines süßes? Der ist zu lang. Machen wir was Neues. Die Smartwatch ist 200. Die Smartwatch. Wer hatte diese Smartwatch, wollen wir wissen. Den Namen des Besitzers. Eine Lupe war, glaube ich, nicht eingebaut. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so konnte. Es ist nicht das Blitzding. Es ist richtig erkannt. Top of the Line-Modell. Ich weiß nicht, ob man es von der Queen persönlich gekriegt hat. Nein. Es ist von James Bond. Zu spät. Ein Vorreiter im Bereich Smartwatches, muss man sagen. Ich hatte eigentlich schon gedrückt. Die Frage ist jetzt, welcher James Bond. Das war der 90er James Bond, oder? Ja, wie hießen der? Ich habe gesagt, der Name des Besitzers hätte uns gereicht. Wir wollen nicht den Film, in dem er gespielt hat. Ich würde sagen, es darf nochmal das Pony. Es hat so gut gewählt. Kleines, süßes. Schnell. Soll ich wählen? Pony soll wählen. Schon wieder. Ja, Stress. Wir gucken uns alles mal an. Na, Hexen für 200. Hexen für 200. Hexen für 200. Was könnte im Kontext der Hexen 1989 passiert sein? Wo die Mauer aufgehängt. Aber nicht von den Hexen allein. Ist das wirklich schon so lang her? Da bin ich gewohnt. Man kann es erraten. Oh, ermutig. Ich habe nicht viel zu verlieren. Wann ist Grace Hopper gestorben? Wann ist? Grace Hopper gestorben. Und den Kontext zu den Hexen? Wertes Mal als Zero für den Versuch. Da wurden sie gegründet. Auf dem, wie viel C3? Rechne, rechne. Auf dem 6 C3. Nun, dann brauchen wir wieder einen Zufall. Der Zufall wählt die 4. Also ASDF mein Passwort. Such dir was. Ach so. Hexen für 100. Für 100. Hexen für 100. Was ist eine Hexe? Was ist eine Hexe? Das ist eine Hexe. Dann kannst du ja... Kennst dich aus. Soll ich weitermachen? Ja, geil. Ach, Rätsel 200. Warum nehme ich denn so etwas Beschissenes? Ich habe dir gesagt, Lebensmittel erkennen die nicht. Das gibt es nicht bei Dunkin' Donuts. Lasst euch nicht von dem Marmeladenglas verwirren. Es ist kein Marmeladenglas. Es ist keine Marmelade. Ein Tipp. Eines der beiden Dinge, die man sieht, ist Brot. Ja? Das ist Jamming. Nein. Nein. Ich sagte, es hat nichts mit Marmelade zu tun. Nicht? Und wie viele im Publikum haben es? Ein Mandelbrot ist das. Aber die Mandeln sind in der Tat schlecht zu erkennen. Der Zufall währt Helmchen. Helmchen, such dir was aus. Bin ich wieder dran. Der N-S-Hack 100. Den N-S-Hack für 100. Der Rekord um Kies von... Ja. Wozu dienen ein DS-Rekord? Richtig, der DS-Rekord. Das ist das, was wir wissen wollten. Dann... Du darfst weitermachen. Die 200. The board is yours. Die 200. Er will es voll haben. Noch nie eine DNS-Sektion abgefragt? Nein, es reicht, wenn du Google nach irgendwas fragst. Auf der 8888. Und das Enabled hast, dann kommt es auch zurück. Wie viele im Publikum wissen das? Keine. Ah, doch vereinzelt. Kaminski hat vor 5 Jahren hier schon gesagt, ihr müsst euch das alle mal anschauen. Aber keiner hat zugehört. Das AD-Bit. Authenticated Data. Gut, dann brauchen wir schon wieder Zufall. Was sagt der Zufall? Vier. Der Zufall mag die Vier. Und die Vier heißt ASDF. Smartwatches für 200. Okay. Die kennt auch keiner mehr. Auch ein sehr modernes Modell. Die sieht man aber auch im Film quasi nie. Oder in der Serie. Film? Serie. Den Film hat keiner angeschaut. Es gab auch einen Film. Alle Züge. Ein Mann. Man kann damit sogar... Also quasi eine Art ferngesteuertes Auto, oder? Was ist Knight Rider? Richtig. Die Knight Rider-Watt. David Hasselhoff. Müssen wir reden lassen. Was ist die Uhr von David Hasselhoff? Genau, richtig. Das wollten wir hören. Ich habe die Punkte doch schon. Richtig. Mach weiter. Hallo Speak 400. Oh, zuhören. Main. I-O. Main Eagles. Put as T-R-L-N. Hello World. Was ist Hello World in Haskell? Richtig. Haskell. Nicht schlecht. Der Flick, du darfst weitermachen. Hallo Speak 500. 500. Uuuuhh. Alles. 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 Was ist Hello World in Whitespace? Das klappt ja gut. Also es sollte was zu hören sein. Es ist nicht Whitespace. Was ist Hello World in Brainfuck? Hinsichtlich. Plus, plus, plus. Greater than plus, plus, plus. Greater than plus. Was ist Hello World in Brainfuck? Richtig. In Brainfuck. Oh. Okay. Ihr habt es geschafft. Jetzt hat Zack leider die Software gecrasht. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um wenige Stunden. Wir müssen nur ganz kurz rebooten. In der Zeit lenke ich die Aufmerksamkeit auf unseren Hauptpreis. Eine Holzkiste. Der Akkuschrauber gehört nicht dazu. Aber damit kann man sie öffnen. Also würde es sich schon lohnen, in der nächsten Runde mitzumachen. So eine Holzkiste. Erste Verletzte im Publikum. Ne, geht noch. Das ist interessant. Es ist interessant. Vielleicht mit X-Kill abschießen. Das hatten wir noch nicht. Können wir die Musik einspielen? Haben wir einen Störungsschirm? Ja, hier. Eine Maus. Daran liegt es ganz bestimmt nicht. Aber wir können mal nachgucken. Wo ist denn das Werkzeug? Guck mal kurz, ob wir... Sicher das Rote? Ja, gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir können die Gelegenheit nutzen, ein bisschen den Leuten zu erklären, wie Mikrocontroller früher funktioniert haben. Also das da ist die CPU. Hier ist das RAM. Und dazwischen sind Drähte. Das heißt... Wir wären wieder soweit. Das hat geklappt. Man muss der Elektronik nur Angst machen. Bitte wieder das Bild auf oben. Ein bisschen leiser. Wer hat denn gewonnen und darf weitermachen? Äh, grün. Grün. Player 2. Herr Flix darf weitermachen. Äh, Rätsel 300. Ja. Was ist ein Paralleluniversum? Redo, oder was denn? Also, wenn man ganz genau ist, waren das ja zwei parallele Universen. Nein, 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 nein. Aber wir lassen es mal durchgehen. Rätsel für 500. 500. 500, bitteschön. Was ist Reddit? Richtig, Reddit. So, jetzt kommt nur noch Kram, bei dem ich versage. Ist ja eigentlich egal. Machen wir mal, Smartwatch ist für 500. Die Smartwatch für 500. Die ist eigentlich, glaube ich, gar keine Smartwatch. Die ist eher eine reine Moviewatch. Wobei, wir haben einfach nur nicht gesehen, was die Tolles konnte, oder? Die konnte sicher auch Dinge, die die Apple Watch nicht kann. Zum Beispiel die Zeitanzeigen, wenn man drauf schaut. Was ganz schön smart ist, oder? So eine Uhr, die die Zeit zeigt, wenn man drauf schaut. Oder, dass man die Hand bewegen muss vorher. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das warf aus. Man in Black, richtig. Aber sie ist echt nicht smart. Die ist da falsch, tut mir leid. Weitermachen tut... Nein, nicht die Viert. Immer dieser NSA-Zufall. Ihr seid manipuliert. Ich würde sagen, das süße Pony darf mal wieder. Nachdem das eben schon nicht geklappt hat, machen wir Smartwatches für 400. 400. Die war wirklich sehr innovativ vorausschauend. Ich würde sagen, so aus den 30er Jahren oder so. Wer ist Superman? Nein, das ist nicht Superman. Okay. Man sieht den roten Anzug deutlich. Aber Comic ist nicht ganz falsch. Ich sehe nur Fragezeichen in den Augen. Gut, in den 30ern haben auch viele von denen noch gar nicht gelebt, Sekt. Das darfst du nicht vergessen. Dick Tracy war das gewesen. Sehr vorausschauende Uhr. Ja, ähm... Ach, Pony, mach doch weiter. Ich will mir nichts Neues ausdenken. Ja, dann klappt es vielleicht bei der 300. Der Flix. Wer ist Inspector Gadget? Inspector Gadget hat diese praktische Uhr. Jetzt müsst ihr in die letzte Kategorie. Hexen 300. Hexen 300. Also kann man sich auch einfach wieder erraten, würde ich sagen. Will keiner das Risiko eingehen? Gut, will keiner das... Die Leute, die keine Punkte haben, können das Risiko eingehen. Wer sind die Gründerinnen der Hexen? Was ist das? Die Gründerinnen der Hexen. Die Gründerinnen, richtig. Ja. Das war doch nicht so schwer. 400. Ja? Reingeraten, wie viele Mitglieder haben die Hexen? Was war die Frage? Wie viele Mitglieder haben die Hexen? Oh, das ist geraten. Glückwunschdenken? Also Glückwunsch zum Mut, aber ich glaube, ich kann das nicht prüfen. Nein, das war nicht die Antwort, die wir suchen. Ist eine Jahreszahl. Hähnchen. Wann hat Ada Lovelace was furchtbar großartiges bewerkstelligt? Ada Lovelace 1793, nein. Es war auch kein besonders großartiges Ereignis, was da mit Hexen passiert ist. Das war so die Zeit danach. Also da ging es heiß her, sag ich mal. Nein. Nein, das war die nächste bekannte Hexenverbrennung. Ja, ist da ein Double-Jeopardy drin? Ich hoffe nicht. Dann können wir es, glaube ich, einfach aufmachen, Iggy. Der Druckertreiber. Hacker packen aus. Es war ein Film. Es war ein Screenshot aus einem Film. Wir wollen irgendeine Frage, die diesen Film referenziert. Kann man auf Vimeo sich noch immer runterladen, wenn es nicht gerade gefaked ist? Was war die Dokumentation über den ersten Chaos-Communication-Kongress? Uh, nee, nicht wirklich. War auch nicht am ersten, war eher so am siebten, würde ich sagen. Nein. Wer ist Wauholland? Wer ist Wauholland ist richtig, aber das passt nicht zu dem Film. Wenn, hättest du fragen müssen, was war ein Film, wo Wauholland mitgespielt hat, was vielleicht gerade noch durchgegangen wäre. Aber nein. Was ist ein Film, wo Wauholland mitgespielt hat? Du musst aufpassen, was du sagst. Gelten lassen, sagt das Publikum. Ich glaube, es ändert am Ausgang nichts mehr. Dann lass das mal gelten. Und wir haben immerhin, also, ja, also ins Positive hast du dich damit auch nicht mehr gerettet. Aber es wäre der erste Film oder überhaupt das erste Projekt gewesen, was die Hexen gemeinsam gemacht haben. Ein schöner Film, wo Männer versuchen, Frauen zu erklären, was der Druckertreiber eigentlich tut. Ja, sind nicht besonders nett dabei. Gut, also auf Wimur kann man das nachschauen. Wir haben einen Sieger für unsere Finalrunde. Der Flix, bleibt bitte da. Der Zweitplatzierte, also nicht da bleiben, kannst du Schunk trinken und so weiter. Der Zweitplatzierte, ADSF, kann dir ein T-Shirt holen, die anderen beiden Buttons und ähnliches. Und bitte die nächsten Kategorien auf den Schirm. Welche T-Shirt-Größe, Herr ADSF? M. Haben wir nicht mehr, aber schaut schon Digital Courage hoch. Ist nie ein Fehler, bei denen vorbeizuschauen. Die haben schöne Sachen dort. Hältst du dich zu unserer Verfügung? Bleib ich in der Nähe. Ja. Du bleibst in der Nähe, genau. Du musst dich im Finale. Wir brauchen jemanden, der unseren Titelverteidiger vom Thron stößt. Ja, wir haben die dritte Runde. Code-Movies. Ich glaube, das kennen wir im Prinzip schon aus der ersten Runde. Weil es so schön war, nochmal Filme in Code. Tools, totale tolle Hacker-Tools, beschrieben durch irgendwelche Texte. Formats. Fliegen die Ballons überhaupt schon? Ja, die Ballons fliegen schon. Sehr gut. Oh, sie kommen von ganz oben runter. Es gibt diese Holzkiste zu gewinnen. Und alternativ als Trostpreis dieses Radio. Und auch noch tolle andere Dinge. Ein Lockpicking-Set kriegen wir hier von der Sperrtechnik. Du musst noch die anderen Kategorien vorstellen. Also, ja, ich mache den Leuten immer schmackhaft, was sie hier gewinnen können. Genau, bei Formats. Formate erkennen. Wir haben strukturierte Daten, möchten wissen, in welcher Form. Optionen. Kommando-Optionen von Programmen, die man vielleicht nicht jeden Tag kennt. Also die Optionen, die Programme schon. Und Lämmers ist eine total bescheuert benannte Kategorie. Aber es geht einfach darum, Beschreibungen aus der Wikipedia dem Lämmer zuzuordnen. Also sprich dem Schlagwort. Ist nicht sehr schwierig. Haben wir vier. Wir haben vier mutige Kandidaten. Und wir haben Guide. Aber auch nicht viel zu schnell, oder? Oh, die Nachfüllung der Sendung verzögern sich vielleicht doch nicht allzu weit. Wir werden es sehen. Ja, wir sind sogar perfekt in der Zeit, würde ich sagen. Wir sind viel zu schnell. Wir müssen Bonusrunden einführen. Oh je, oh je. Aber gut. Wenn man schneller in die Lounge kann, ist das ja auch kein Fehler. Bitte die Namen der Kandidaten. Nein, erst drücken. Eloy. Was? Nein, Eloy. E-L-O-I. Ja. Gommen. Gustav Otto Marta. Blue. Nee, blue. Blau. Ich bin dein Vater. Tag mit Doppel-A. T-A-A-K-E. Okay. Also vielleicht noch mal kurz die Kategorien. Habt ihr zugehört, alle, als ich sie beschrieben habe? Das erste kennen wir schon, die Filme. Beim zweiten wollen wir das Werkzeug nennen, das beschrieben wird. Beim dritten wollen wir den Namen des dargestellten Dateiformats haben oder des dargestellten strukturierten Datenformats. Bei den Optionen möchten wir gerne wissen, was diese Option in Kombination mit diesem gezeigten Kommando tut. Und bei den Lemmas hätten wir gerne einfach eine ganz... Das sind tatsächlich mal Jeopardy-Antworten. Da stehen Antworten. Und wenn man dann fragt, was ist ein Baum, dann steht da beschrieben, was das ist. Das ist richtig mal, so wie es eigentlich mal gedacht war. Wollten wir auch mal machen. Gut. Ja, ist ein bisschen lame, ich weiß. Nein, es steht da. Du Scheiße. Wir haben extra nachgeguckt, weil wir wollten, dass ihr darüber meckert. Irgendwo steht inzwischen oft auch Lemmas. Ich glaube, in den Atlassen steht das drin oder so. Oder in den Lexikons war das auf jeden Fall so beschrieben. Gut, ich denke, der Zufall wählt die Vier. Ja. Vier, ja. Vier darf sich was aussuchen. Und wenn du schlau bist, gehst du direkt in die Double Jeopardies, die ab 300 irgendwo versteckt sind. Oder auch mutig oder auch dumm, weiß man nicht genau. Ich nehme Coke-Movies für 200, bitte. Eigen Coke. Was ist die Matrix? Richtig. Was ist die Matrix? Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. Aber er fragte, was ist die Matrix? Hör halt zu. Nicht so nuscheln, bitte. Das Publikum versteht nichts. Du darfst weiter aussuchen. Dann nehme ich direkt auch Coke-Movies für 300. Coke-Movies für 300. Und täglich grüßt das Murmeltier? Richtig. Oh, das war keine Frage. Ich bin schon völlig durch hier. Was ist? Was ist täglich grüßt das Murmeltier? Ja. Ja. Da fehlte allerdings in der Tat irgendwie ein Sleep 24, glaube ich. Oder 3600 mal 60. Egal. Weiter macht... Kleiner 1. Ich nehme auch Formats für 300. Formats? Uh. Nein, nein, das ist halt. Alles. Alles. Was für ein Format. Was ist das? Was ist Jason? Was ist Jason? Ich muss aber etwas näher ans Mikrofon gehen, sonst versteht dich keiner. Okay. Ja, dann Formats für 400. Formats für 400. Ähm, ähm, was ist... Ach so. Was ist Restructured Text? What? Ich hab's nicht mal verstanden, aber... Ja, nee, es klang nicht richtig. Gut, wer weiß, vielleicht gibt's andere obskure Formate. Wir hätten doch das Minus, Minus, Minus drüber schreiben sollen. Dann wär's eindeutiger. Hm, ich hab das jetzt nicht für so schwierig gehalten. Das ist nicht das Double-Jobber, die drin war. Wer im Publikum kann es korrekt expandieren? Alle, die es auch wissen. Hm, wenige, wenige. Verteilen wir zumindest mal ein paar ARCAP und My-Aufkleber. Es ist... Jammel, richtig. Und es heißt... Nee, früher hieß es yet another Mark-Up Language. Jetzt heißt es, denke ich, Jammel ain't Mark-Up Language. Aber gut, hier. Hol dir hier Aufkleber und... Wir brauchen Zufall. Zufall wählt GOM. Die NSA hat den Zufall total unterlaufen hier dieses Jahr. Ray, keiner hat verstanden, wie du gewählt hast. GOM darf wählen. Wenn der so schwierig heißt, kann der Zufall nichts dafür. Tools 100. Tools für 100. Der klassische Portscanner. Was ist NMAP? Richtig. Richtig. Gleich weiter. Ja, Tools 200. Tools für 200. Schlüsselte früher ätherisch. Was ist Weihershark? Richtig. Alter, dann Tools für 300. Die Tools für 300. Er nimmt halt wieder alles jetzt. Er nimmt wieder alles. Na gut. Sein Auto hatte es satt, dass ihm alle diese lahme Z-Map empfehlen. Also steht, glaube ich, auch in dem Readme-Datei dazu, warum er das geschrieben hat. Es ist, würde ich sagen, ja, also läuft im Hackcenter tausendfach zur Zeit, denke ich. Das Internet in wenigen Minuten. Was ist schon wieder NMAP? Nee, keine Ahnung. Nein, das ist nicht NMAP. Nein, das ist nicht NMAP. NMAP und schnell. Wie viele kennt das hier? Schau dir die Kongressvorträge nicht an. Ich habe dir gesagt, das weiß keiner. Ja, dann. Wer weiß es? Mass-Scan, richtig. Eigentlich recht bequem. 5.900, immer wieder lustig. Der Zufall ist langsamer als Z-Map. Auch mit PF-Ringtreiber müssen wir diskutieren. Wir sagen, Blue sucht sich was aus. Lammers für 100. Aber das war nur die Aussage des Autors, dass das langsam ist. Ein Lämmertar. Wikipedia? Das war keine Frage. Das ist schon wieder keine Frage. Was ist Wikipedia? Ja! Ja! Was ist Wikipedia? Bis zum Ende der Runde schaffen wir das noch, oder? Mit den Fragen. Ich habe auch eigentlich gefragt. Ich nehme Options für 200. Ich kann kein Wort verstehen von hier drüben. Ich habe eigentlich gefragt. Hier drüben kam nur Wikipedia an. Ich habe auch gesagt, was ist Wikipedia? Stimmt. Glauben wir ihm das? Nein! Mach ihm die Minuspunkte raus, Iggy. Jetzt kann man alles ganz bequem editieren. Nun gut. Dann darf er weiter auswählen. Eine kleine Entschädigung. Dann nehme ich Lammers für 200, bitte. Aber deutlich sprechen. Das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum, aber auch die Ausführung. Was ist die Cloud? Ja. Oder was ist Cloud Computing? Ich frage mich immer. Ah! Cyber, Cyber, Cyber! Options für 200. Sort minus H. Sort minus H. Was ruft die Hilfe-Seite von Sort auf? Die Hilfe-Seite? Nein! Es gibt unter Unix diese Man-Pages. Ja, ja. Du meinst die Online-Hilfe? Ja. Nein, ist es nicht. Nein. Ein Tipp. Die minus H-Option ist verwandt mit der minus H-Option in vielen anderen Kommandos wie DF oder DU vor allem. Was sortiert menschenlesbar? Und was tut das bei Sort dann? Und was tut das bei Sort dann? Sort hat ja keine Ausgabe in dem Sinne. Was das bei Sort tun würde? Naja, es sortiert die menschenlesbare Ausgabe anderer Kommandos korrekt. Also es versteht dann 3M und 3G und was davon größer ist. Aber menschenlesbar, minus H, genau. Darum geht es richtig. Sehr menschenlesbar. Wir lassen das gelten. Wir sind ja keine Unmenschen, oder? Hardcore, Code Movies 500. Ja. Welcher Film könnte das sein? Was ist Memento? Richtig, Memento. Das ist richtig. Dann nehme ich Code Movies für 400. Was ist Inception? Was ist Inception? Richtig. Was ist Inception? Und wie in Inception fehlten da jede Menge Return Calls, oder? Du darfst weitermachen. Ich nehme mal Formats für 500. Formats für 400? Das Format. Das ist 500. Was ist ein PHP-Array? Nein. Nein, ich glaube, PHP-Array ist... Ist das vor allem kein Array? Naja, nehmt Array. Verdammt, die Daten-Dumpt-Cluster von... Deine beliebte Programmiersprache, die außer mir offensichtlich keiner mag. Du magst die? Ja. Geh weg. Warum ist das Jeopardy dann in Tickle programmiert? Nein, das ist es ja nicht. Ach, verdammt, ist es nicht. Nein, das wäre Data-Dumper von Pearl gewesen. Gut. Serialisiertes Pearl. No Damage-Stand. Pasch. Der Zufall, der wählt Blue. Wie macht er das nur? Ah, okay. Ja. Options für 100. Für 100. 100. Ls-T. Würde ich sagen, tut, wonach es klingt. Also... Tu etwas? Ne. Aber schon eher intuitiv. Also jetzt nicht obskur oder so. Wir können die Alternativ... Was hatten wir denn vorher da? Minus Groß S. Alternativ hatten wir vorher Groß S. Weiß das jemand besser? Wir wollten es leichter machen. Sec wollte ls-lart haben, aber... Watt sortiert das Datei-Listing nach M-Time? Richtig, ja, nach Time. Nach Time. Jö. Was kommt zuerst? Wie rumsortiert es? Na, na, die Jüngeren zuerst. Die Jüngeren zuerst. Jüngeren zuerst, richtig. Ja, New is first. Sehr gut. Dann darfst du auch weitermachen. Ja, dann Options 300. Dann nimmt er die 300. Was tut das? Da würden wir gerne... Das wollten wir nicht reduzieren auf was Einfacheres, aber gut. Wir lassen auch vielleicht die simple Lösung gelten. Mit nur minus kleinen L, also nur Type L. Das ist ein Ludwig hinten, ein kleines. Ich lasse auch die Lösung gelten, wenn man das auf einem BSD eingibt. Sec lässt die BSD... Nee, kein Fehler, aber... Das ist was? Stimmt, es fehlt der Pfad. Wo ist denn der Pfad hin? Da war doch mal ein Pfad. Da ist doch ein Pfad. Da ist kein Pfad. Ach stimmt, da ist ein Pfad. Hinter dem kurz L ist der Pfad. Schau doch hin. Der muss nicht am Ende stehen. Der steht in der Mitte. Ja, natürlich. Weiß jemand im Publikum, was das tun würde? Und was tut das? Simblings suchen? Ja, es sucht tote Simblings. Weil es followt Simblings und möchte den Typ Simblings haben. Und das klappt nur bei toten Simblings. Weil anderen würde er followen. Aber genau, sucht Simblings mit Type L. Ja, schade, keiner gewusst. Wir müssen leider aufhören. Nein, Blue darf noch mal sich was aussuchen. Vielleicht klappt es diesmal besser. Options 400. R sind minus groß S. Die kann man nur mal wirklich benutzen, finde ich. Ich habe dir gesagt, die Leute kennen nur War zu. Weißt du das hier? Hände hoch, wer das im Publikum kennt. Nee. Gut, nicht so verbreitet. Das braucht man nur, wenn man irgendwie komische Maschinen hat. Vm-Images verschiebt oder sowas, ja. Wenn man Vm-Images verschiebt, braucht man das zum Beispiel, damit die nicht größer werden. Die wissen doch gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Ja, das würde Sparse-Files korrekt behandeln, dass die auch nachher noch Sparse sind. Aber gut. Ähm, ich glaube noch mal. Was sagt der Zufall? Vier! Vier! Nee, der Zufall sagt Eloy. Ja. Dann formen wir es für 200. Noch eine 200? Ein ganz schwieriges Format. Was ist TSV? Richtig. Das muss aber schneller gehen. Strengt euch mal an, ich will nicht führen. Ich habe im Finale nichts zu suchen. Vomets 100. Was ist HTML? Das berühmte HTML-Spiele-Tag aus HTML7. Also, er ist so ein ganz schön... Ja, ihr lacht jetzt noch. Später startet ihr in Firefox, spiele Doom und wups, habt ihr Doom im Firefox. Also, nicht mehr lang hin. Eigentlich sehr praktisch. Was ist HTML? Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Was ist HTML? HTML. HTML. Das ist alles. Das ist alles. Frag doch das, was wir hören wollen. Nein, dann XML. Dann eben XML, ja. Ich glaube, er wusste, was wir suchen. Okay, was ist XML? Stimmt, man hätte oben den Heller hinschreiben können. Wir hatten die Start bei YAML auch weg. Du darfst das aussuchen. Ach so, ja, dann Tools für 400. Aber natürlich wäre, was ist kaputtes XML noch viel besser gewesen. Wir hätten gerne die Variante, die GPUs benutzt. Was ist Hashcat? Ich sagte gerade noch die Variante, die GPUs benutzt. Ja, die Variante, die GPUs benutzt. Das ist mit OpenGL, oder? Was? Hashcat mit OpenGL. Was ist Hashcat mit? Ja, wie heißt es? Wollen wir es trotzdem gelten lassen? Ja, ich würde es gelten lassen. Sec würde es gelten lassen, ja. Also OCL, Hashcat heißt die wegen OpenCL, aber Hashcat ist schon richtig. Dann darfst du auch weitermachen. Dann nehme ich Code Movies 400. Was ist Avatar? Richtig, was ist Avatar? War aber jetzt nicht 3D, der Code, oder? Lemmas 300. Das gibt es in der nächsten Version. Eine Lösungsmethode. Was ist Brutforce? Ja, was ist Brutforce? Da dauert das Lesen länger als das Antworten. Ein Schnelllesewettbewerb? Lemmas 400. Noch ein Schnelllesewettbewerb? Nein. Was ist eine Gated Community? Eine Gated Community! Jetzt bleiben nur noch 500 da. Mit Wohnkomplex muss das Hackcenter gemeint sein, oder? Schon wieder den Essek. Der baut das immer ein hier. Ich weiß nicht. Die Leute sollten sich das echt mal anschauen, denke ich. Nächstes Jahr nur noch. Ach, wir machen ja nächstes Jahr keins. Dann nicht. Wir hatten vorhin den Rekord schon. Den NSEC-3-Rekord. Und das heißt deswegen. Dann machen wir es zu. NSEC-3-Walker. Ist leider wirklich nur eher Proof of Concept. Aber so einfache Zonen wie US-Government oder sowas kann der schon reversen. Also wenn mal langweilig ist, US-Zonen zu aufzulisten, geht da meistens. Die nutzen das alle mit wenig Iterationen. Wir brauchen schon wieder einen Zufall. Einen Zufall. Der Zufall ist total unparteiisch. Der wählt die vier, glaube ich. Taki. Dann Lammers für 500. Lammers. Schnelllesewettbewerb. Für 500. Lasst euch nicht davon ablenken, dass jemand rein kann. Was ist Social Engineering? Richtig. Was ist Social Engineering? Und jetzt darfst du das letzte Feld zumachen und hast gerade noch überholt. Ja, dann das letzte, bitte. Das letzte, bitte. Oh. Ja, da würde ich empfehlen, jetzt dem mindestens Zweitliegenden, wenn er gewinnen möchte, zumindest zu raten. Ja. Aber ist natürlich nicht so einfach. Also C entspricht zumindest dem Anfangsbuchstaben eines Wortes, was damit zu tun hat. Naja. Mit viel Kreativität. Die modifiziert man recht an Dateien. Ja, das macht CHMOD generell. Ja. Aber was macht die Minus-C-Option dabei? Ähm, gute Frage. Ja. Ja, das ist die Frage. Nein, das ist die Antwort, Sack. Die Frage ist, weiß es jemand? Nee. Marc, ich hab's dir gesagt. Nein, nicht die macht man RedWrite, sondern das zeigt an, was tatsächlich geändert wurde. Auch praktisch in Skripten, weil es den Return-Code beeinflusst, ob es überhaupt sich was verändert hat. Aber es zeigt halt, ich habe von da nach da geändert. Schade, dann sind wir trotzdem durch. Unser gerade noch überholender Sieger, nee, hat verschmissen. Hättest man nicht drücken sollen, du lagst vorne. Wie kann man nur? Ja. Ich kriege den Trostkreis. Er hat eh kurz vorm Schluss überholt. Ja, dann haben wir hier, der Finalist kann gleich oben bleiben. Der Zweitbüste kann sich sein T-Shirt holen und die beiden anderen können sich ihre Buttons und so weiter holen. Wir brauchen keine Luftballons mehr. Ihr könnt sie natürlich trotzdem rumfliegen lassen, sondern wir brauchen unsere Finalisten und unseren Titelverteidiger. Ist der Titelverteidiger denn anwesend? Wenn wir jetzt auf den Titelverteidiger warten müssen. Hier noch. A-Cup-Aufkleber. Was? Nicht. Ich bin verwirrt. Wo ist Alu Burka? Kann sich nur um Sekunden handeln. Es wurde uns zugesagt, Alu Burka sei anwesend. Man könnte ... Leichte Verzögerungen im Spielablauf. Wir können in der Zeit noch ein bisschen auf unsere Preise hinweisen. Wir haben auch eine Citizen-4-DVD für den viertplatzierten oder die nicht auftauchenden Titelverteidiger. Wenn es funktioniert. Tja. Komm, drück doch mal links von dir. Ich nutze die Zeit noch. Ich sehe noch keine Alu Burka. Müssen wir schauen. Es tut sich was. Oh, Alu Burka! Ups, sorry. Ich habe das Gefühl, Alu Burka hat im letzten Jahr gut gegessen. Also, aber ist ja gesund. Alu Burka. Alu Burka! Okay. Nein, Iggy, bitte noch mal die Kandidatennamen. Du hast sie alle schon. Sie sind schon. Iggy ist ja vorbereitet. Das ist ja fantastisch. Da müssen wir uns die Kategorien vorstellen. Ja, ich bitte darum. Und zwar SEC-TLA. Das sind ... Nicht meine. Das sind Three-Letter-Acronyms, die alle vier Buchstaben haben. Nein, die teilweise auch vier Buchstaben haben. Aus dem Bereich Security. Im Wesentlichen aus dem Bereich HTTP, würde ich sagen. BND, das ist so ein Experte für Weltraum und anderes. Nachrichtendienst. Darum ein paar Fakten. Schwach. Ja, da geht es um Dinge, die nicht mehr ganz so sicher waren dieses Jahr oder in letzter Zeit. Bash. Da geht es ums Bashen von irgendwelchen Dingen. Nein, da geht es um die Shell und um irgendwelche Strings auf dieser Shell. Wir würden gerne wissen, was die tun. Und Ports, unsere allseits beliebte Kategorie rund um Ports von Protokollen. Diesmal ein bisschen verklausuliert beschrieben. Ihr müsst vielleicht ein bisschen rechnen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen ... Ja, also ich denke, es sind keine sehr obskuren dabei, aber es ist ein bisschen zu rechnen bei der ganzen Sache. Und damit ihr jetzt noch mal wisst, worum ihr hier spielt, ist ja nicht zum Spaß. In dieser Box hier befindet sich ein 3D-Drucker als Hauptpreis. Oh, oh, oh. Transport nicht inbegriffen. Transport nicht inbegriffen, ja. Gut, der Sieger darf aussuchen zwischen Radio und 3D-Drucker, der andere muss dann dem, was übrig bleibt. Aber es ist jetzt also kein Kaputter. Es ist ein gebrauchter, das ist unser alter aus dem Münchner Hackerspace, aber der tut noch gut. Es ist der 3D-Drucker, der erste 3D-Drucker, auf dem jemals ein Schlüssel gedruckt wurde. Also ein Stück 3D-Druck-Geschichte. Ich hoffe, er kommt irgendeinem Hackerspace zunutze. Gewinnt ihn für euren lokalen Space. Ja, ich glaube. Und eben, wie gesagt, als Trostpreis oder wie auch immer unser schönes Radio. Das Radio ist übrigens bereits vorgeflasht mit der Firmware, die man sich unterladen kann, die das Launch-Licht beinhaltet. Wer sein Radio noch nicht auf Launch-Licht abgedatet hat, flasht es euch, dann habt ihr in der Lounge vom DMX-Pult die gepulsten Lichter synchron zum ganzen Rest. Nach dem Jeopardy auf der Lounge-Party sollte das eigentlich jeder auf seinem Radio geflasht haben. Mindestens einer hier wird es haben, weil es ist vorgeflasht. Ja, und ansonsten eben noch ein Lockpicking-Set für den Drittplatzierten oder wer auch immer von unseren Sportfonden der Sperrtechnik. Ich sage Dankeschön. Alle anderen müssen in den Sportshop hoch und ihn leer kaufen. Und ich glaube, da sind wir bereit. Bitte noch einen Applaus für unsere Finalkandidaten. Ich meine, Alu Burka war schon oft da. Kennt das Prozedere, darf anfangen. BND für 100. Der BND für 100. Das wird ganz, ganz schwierig. Betschke. Wo ist der Hauptsitz bei München? Nein, ah, was hat sein Hauptsitz in Pullach bei München? Nein, nein, nein. Das erste war schon besser. Die Antwort muss zur Frage passen. Wo ist der Hauptsitz vom BND? Ja, richtig. Das hast du am Anfang auch gefragt. Wir lassen es bei 100 noch durch. Oder, willst du nicht? Na gut. Wenn jemand erst falsch und dann richtig fragt, lassen wir auch das erste gelten. Dann sollten wir es umgekehrt auch so machen. Wenn man sich nachher noch verschlechtert. Aber im Gegenzug, was hast du da gemacht, Iggy? Er versucht die Punkte zu reparieren. Wollen wir einfach neu buchen? Und jetzt bitte auch eine Frage, wo die Antwort passt. Hallo, Burka. Was ist falsch geschrieben? Oder, was ging beim Neubau des BND in Berlin verloren? Ja, sehr gut. Das war jetzt wohl die Wasserhäme, oder? Da haben wir jetzt noch Häme, oder? BND 300. BND 300. Ein Ort. Hetschke. Was ist der Weltraum? Was ist der Weltraum? Richtig. Sehr schön. Und da fliegen die immer hoch, wenn die uns abhören wollen. Das wissen wir ja. Selter als als Dienstreise. Ja, aber du kannst Kilometergeld wahrscheinlich absetzen. Für die Strecke, die der Funk treppelt. Das machen die sicher auch. Ja, aber dafür musst du dann auch ein Zollformular bei der Wiedereinreise ausfüllen. Schwach für 300, bitte. Ein Bootloader. Was ist Grupp? Richtig. Was ist Grupp oder Grupp 2 war das, glaube ich. Nur lassen wir es trotzdem durchgehen. Ja, dann darfst du auch gleich eine neue. Bonds 300. Bonds 300. Ein Protokoll, bei dem die Differenz zum verschlüsselten Port 363 ist. Was ist HTTP? Richtig. HTTP 80 plus 336. 363 ist Ports 200. Ports für 200. Das Protokoll könnte. Was ist POP3? Richtig. Das ist POP3 auf dem Port 110. POP3 hat Polizei. Ja, und was haben wir? Wir haben nur die Vorratsdatenspeicherung. Die Bundeswehr. Ich empfehle das Video. BND für 400. Die Organisation Gehlen. Batchgel. Was war ein Tarname des BND? Uh, würde ich so nicht gelten lassen. Lass den Knopf los. Es buzzert ein bisschen. Was war die Vorgängerorganisation des BND? Daraus ging er hervor. Das waren sicher alles ganz aufrichtige Leute damals. Die waren doch alle entnazifiziert. BND für 500. Für 500. In dieser Operation wurde in Frankfurt Telefon und Internet angezapft. Auch für die NSA. Klingt so ein bisschen. Morgens LMAX, abends. Also mit dem Hinweis. Ja. Patchgap. Was war ikonal? Richtig. Was war ikonal? Abends ikonal. Hol dir das Brett. Bash für 300, bitte. Was gibt das aus? Also wir würden gerne wissen, was die Ausgeber davon ist. Wie kann man auf der Bash möglichst umständlich Events oder was könnte es sein ausgeben? Jetzt formuliere ich den Leuten schon die Fragen vor. Also das Doppelhash macht die Operation Greedy. Ja. Was ist Deutschland? Was ist, ja, also was ist DE, genau. Ja. Ich würde sagen, das lassen wir den. Mit oder ohne Punkt? Ohne. Richtig. Was ist DE? Was ist Deutschland? Bisschen unkonventionell. Aber gut. Mach mal weiter. Ähm, SEC-TLA für 300, bitte. Ein SEC-TLA. SEC, dein TLA. H-S-T-S. Hm. Schon mal wo gesehen. Also wenn es da schon scheitert, dann kann ich für 400 und 500 patchge. Was ist dieser HTTPS-Ersatz? Nein, das ist kein HTTPS-Ersatz. Wenn man ein paar Buchstaben umstellt und ersetzt, ja, aber nein. Aber was ist denn dieser HTTPS-Ersatz? Gibt es den? Ist der sicher? Das wäre doch toll. Lass uns den verwenden. Das ist ein Header, den man setzen kann. Ich sehe schon. Das wird nichts mehr. Also die 400 müsst ihr dann gar nicht erst probieren. Wie viele im Publikum kennen das? Wie viele haben das auf ihre Webseite gesetzt? Mach's doch. Tut nicht weh. Ja. Ja. Die HTTP-Strict-Transport-Security. Wenn man einmal connected hat, muss man ab da immer SSL. Oder für die eingestellte Zeit. Ein bisschen was gegen die Mail-Simmittels. Ja, der Zufall. Der Zufall muss sich, glaube ich, hier jetzt der Flix aussuchen. Der Flix. Der Flix sucht sich was. Was? Der Port für 100. Den Port für 100. Das bevorzugte den Mode. Petschke? Ja. Was ist Telnet? Richtig, auf Port 23. Bash für 100. Bash für 100. Jetzt kommt der Fnord. Was ist eine Forkbombe? Ja. Richtig, eine Forkbombe. Der Klassiker. Bash für 200. Okay. Was tut das? Sehr praktisch. Während dem Warten können alle auf ihrer Schelle mal das aus der ersten eingeben. Das klappt immer noch. Was ist ein Redirect einer Ausgabe? Ja, von wer's denn? Ähm. Da. Hm. Das können wir nicht gelten lassen. Es tut uns leid. Also natürlich ist ein Redirect eine Ausgabe, aber... Keines Raten. Was ist ein Redirect aller Ausgabeströme? Nee, oder? Nee. Normalerweise schon, aber eigentlich nicht. Oh, jetzt wird's aber kompliziert. Nee, also... Echt nicht? Nö. Wenn du noch mehr hast, dann werden die nicht mit umgeleitet. Das ist ja fies. Beide. Dann ist es... Sack sagt, es ist falsch. Und wenn Sack das sagt, dann stimmt das. Dankeschön. Beide. Aber jetzt hat Sack eigentlich verraten. Du darfst nochmal drücken und es richtig probieren. Wenn du zugehörst, was Sack gesagt hat. Petschke probiert. Was ist die Aus... Wie lenkt man beide? Also eins und zwei bei der Bershow. Genau, also was leitet Standard-Out und Standard-R gemeinsam um? Richtig. Das habe ich noch nie getan. Dann hast du ja was gelernt. Jepper, die bildet. Ja, wir haben einen Bildungsauftrag erfüllt. Was haben wir uns das sagen soll? Wir haben ja eine 2010 gezeigt bekommen. Ja, man muss das addieren. Ah. Schwach für 100? Schwach für 100. Schwach für 100. Da hat Robin S. viel Herzblut reingesteckt. Ja. Was ist Open SSL? Richtig. Richtig. Das war ja auch nur die 100er-Frage. Du darfst weitermachen. Das Feld ist relativ... Schwach für 200. Schwach für 200? Die anderen dürfen auch mitspielen. Relativ neue Geschichte. Also das sollte man eigentlich kennen. Nee, die waren alle so beschäftigt mit Kongress-Vorbereitungen. Die haben das nicht verpasst. Also Patch-Gip. Was ist eine ganz dumme Idee in Print-F? Nein. Ja. Ich hänge mich davon ab, wie viele Parameter du da gibst. Ich gebe mal ein paar Tipps. Also wir hatten ja schon Mass-Scan. Das müsst ihr auf Port 22 loslassen. Dann müsst ihr nach einem bestimmten String greppen. Und dann müsst ihr noch wissen, dass da ein Leerzeichen um das hintere Ist gleich rum ist. Und nach den gespitzten Klammern. Aber wir wollen hier ja keine Passwörter verraten. Wer kennt das hier? Richtig. Das ist das Backdoor-Passwort in ScreenOS. Aktuellen Meldungen im Hackcenter nach noch ungefähr 1500 Maschinen damit am Internet. Also Wasserstand von gestern Abend, wurde mir gesagt. Wurde dir gesagt. Wurde mir gesagt. Wir mussten das ja prüfen lassen von diesen Hackern, ob das wirklich stimmt. Sind die alle kontrolliert. Ja, dann brauchen wir wohl noch mehr Zufall. Der Zufall, der Zufall muss sich überlegen, ob er weiterhin... Oh, der Zufall weiß er nicht. Der Zufall sagt Alu-Burka. Ja. Sekt TLA für 100. Für 100, das wird schwierig. TLS, Alu-Burka. Was ist Transport Layer Security? Richtig. Das ist richtig. Ja, da kann man mal klatschen, aber nicht zu viel, bitte. Sekt TLA für 200. Oh. Ja. Was ist das Secure Socket Layer? Richtig. Und jetzt? Das verwendet heute auch keiner mehr. Hoffentlich. Hoffentlich. Schwach für 400, bitte. Schwach auf der Brust. Hallo, Burka. Was war Shell-Schock? Richtig. Richtig. Was war Shell-Schock? Sekt TLA für 400. Ich bin mir eher vorsichtig. Was könnte diese Abkürzung sein? Wer HSTS schon nicht kennt. TLA für 100, die man in der Mitte ist, wenn sie nicht in der Mitte ist? Ja. Ihr mögt den Man in the Middle einfach alle so gerne, oder? So ein netter Mann in der Mitte. Warum soll man dem Böses tun? Alu Burka stürzt sich in den Slushy. Kann man sich nicht schön trinken, die Antwort, Alu Burka. Wer im Publikum kennt das? Ja, es besteht ja noch Hoffnung. Das ist das HTTP Public Key Pinning. Ein bisschen gefährlich, wenn man es erstmalig einführt, aber sollte man vielleicht doch drüber nachdenken. Ja, wir brauchen den Zufall. Der Zufall sucht sich Petschke. Bash für 500, bitte. Der will die schwerste Bash haben. Was gibt das aus? Das sollte jeder können. Die Frage ist nur, wer ist schnellster? Langsam wird es peinlich. Eins plus zwei plus drei. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das soll wohl binär sein. Alu Burka. Was ist 42? Richtig. Die Frage nach dem Leben. Nee, das passt nicht. 42 war nicht die Frage. Irgendwas ist da faul. Das Universum ist kaputt. 6 TNH für 500. Für 500? Oh, Alu Burka. Jetzt solltest du... Also weil es ja im Finale ist, erlauben wir dir tatsächlich zu setzen, was du setzen möchtest. Normalerweise müsstest du alles setzen und du wirst gehasst werden, wenn du es nicht tust, aber es geht ja immerhin um einen... 500. 500. 3D-Drucker. Er bleibt bei 500. OCSP. Was ist das Protokoll, mit dem man überprüft, ob Zertifikate abgelaufen sind? Oh, also wir hätten die Fragestellung ausnahmsweise so gelten lassen, wenn sie wenigstens richtig gewesen wäre. Aber es ist nicht das Protokoll, mit dem man abfragt, ob Zertifikate abgelaufen sind, weil das steht in den Zertifikaten ja drin, da brauche ich leider kein Protokoll für. Ob sie revoked sind. Alu Burka, was? Ob sie revoked worden sind. Ja, korrigieren nach der Lösung ist ein bisschen unfair. Nee, also war leider falsch. Damit sind sie ja auch abgelaufen, wenn sie revoked worden sind. Nein, nein, nein. Was revoked ist, ist leider ja immer noch gültig, darum muss man es revoken. Was ich auch noch gelten lassen hätte, ist, what is a pain in the ass, was ist furchtbar, was nervt nur irgend sowas. Was ist langsam, was ist ein Privacy League, wenn man kein Stapling einsetzt, alles sowas, aber deine Frage war leider falsch und ich glaube, wir müssen die Frage zumachen, weil wir es ja aufgelöst haben. Ja, noch nicht. Doch, wir haben es doch aufgelöst. Du musst es schon noch expandieren. Achso, ich muss noch expandieren oder will noch jemand expandieren hier, das würden wir noch durchgehen lassen. Was ist das Online Certificate Status Protocol? Richtig, das Online Certificate Status Protocol. Sehr gut. Warum nicht gleich? Es war ein Double Chopardy. Ah, stimmt, es war ja noch zu. Ach jetzt. Ich meine ja nur. Wenn man ein Jahr nicht spielt, vergisst man die Regeln. Du darfst auch noch weitermachen. Bash 400. Bash für 400. 100, 500, 100. Was könnte das ausgehen? In der Frage sollte auf jeden Fall das Wort umständlich vorkommen, oder? Hetschke. Was baut eine Liste? Was für... Also 100, 200, 300, 400, 500? Richtig, genau. Wie umgeht man Sack? Also den anderen, nicht dich. S-E-Q. Wie umgeht man Sack? Ja, okay. Aber war richtig. 100 bis 500. Oder auch, wie gibt man alle Jepper die Fragenwerte aus? Das hätte Bonuspunkte gegeben. Schade, fatal. Das sind ja die gleichen Zahlen. Du darfst weitermachen. Ähm, Ports für 400, bitte. Ports für 400? Dann will einer rechnen. Hm. Was könnte das sein? Also da kann man schon mal so schätzen, der hohe Port muss ja wohl offenbar drüber sein. Was ist IMAP? Richtig, IMAP. Ja. 143 plus 850 ist 993. Dann kann Aluburka weitermachen. Ports 500. Und er will es wissen. Ein Protokoll, zu dessen Port man viermal den Port von POP3 addieren muss, um zum verschlüsselten Port zu kommen. Wir wollen ja nicht, dass hier einhaustet. Was ist SMTP? Richtig, 25 und 465. 465, ja. Da bleibt ja nur noch eine Frage übrig. Spann für 500. Da sollten... Oh. Oh. 100. Was hast du gesagt? 100. Lassen wir das hier zu? Bist du dir sicher? Also du könntest gewinnen, aber dafür wirst du vom Publikum wahrscheinlich hier rausgeprügelt. Wir können für deine Sicherheit am Ende der Show nicht garantieren. Das Risiko gehe ich rein. Willst du als Hauptpreis... Okay, dann schau mal. Falsch. Also die Bibliothek macht auch anderes, aber... Wusstest du schon, warum ich nur 100 setze? Du musst irgendwas antworten. 42. Das war nicht als Frage formuliert. Was ist 42? Falsch. Die Frage ist offen für alle. Alle dürfen antworten. Ich weiß zwar nicht, ob es noch eine Chance hat, doch den zweiten Platz könnte es noch verändern. Und da geht es immer nur um die Frage Radio oder Snowden Film oder Lockpicking Set, weil natürlich Albuquer sicher den 3D-Drucker nehmen wird. Passt doch vom Gewicht her. Du hast 100 genommen, ja? 100! Das ist Fettshaming. Ich trau mich das auch nur, weil du letztes Jahr echt noch dünn warst. Sonst würde ich das nicht machen. Will keiner hier drucken? Nee, sieht nicht so aus. Wie viele wissen das? Was haben wir denn noch für Toll? Wir haben noch Aufkleber, wir haben noch Buttons, wir geben hier noch was raus. Ja, was ist das? Die Lip-NSS. Ja, als Teil von... Von der G-Lib-C. Ja, ein Teil der G-Lib-C. Aber gut, fliegt nicht weit. Hol doch hier die Aufkleber da vorne. Du Held. Wir haben einen eindeutigen Klappengewinner, eine feige Aluburka. Ja. Aber erst mal Applaus für alle unsere Kandidaten. Und Aluburka, was alle wissen wollen, willst du als Hauptpreis das Radio oder den 3D-Drucker? Ich habe schon Radio, deswegen nehme ich den 3D-Drucker. Das ist wirklich sehr nett, der 3D-Drucker. Und hast du einen Hackerspace, wo der zu Good Use kommen wird? Ja. Wir wollen ihn in guten Händen wissen. Das ist unser schöner erster 3D-Drucker, den wir in vielen Wochen zusammengebaut haben. Gut, also Glückwunsch an Aluburka. Wir sehen, das ist eine gute Frage. Wenn nächstes Jahr wer anders Hacker-Jeopardy machen möchte, verteidigt dann Aluburka die Titel. Da kann der sich ausdenken. Also um das klarzustellen, nächstes Jahr machen wir keins. Übernächstes Jahr lassen wir mit uns reden. Aber ein bisschen Abwechslung muss man sein. Also der Aufruf wirklich, reicht was ein, vielleicht auch was anderes, eine schöne Gameshow. Jedes Jahr Hacker-Jeopardy ist doch auch schade. Ich sehe aus dem noch drei freie Plätze. Wir sind auf dem absteigenden Ast. In zwei Jahren vielleicht, nächstes Jahr macht was Kreatives, überrascht uns ein bisschen Abwechslung. Also Aluburka, danke dir. Und Platz zwei nimmt als Preis, hier, Petschke. Ja, so ein Radio ist doch super. Du hast noch keins? Ich konnte nicht zum Camp. Das freut uns. Jemand, der noch kein Radio hatte, gewinnt das Radio. Die werden rar. Aber du musst jetzt auch in die Lounge gehen und das Lounge-Licht anschalten, selbstverständlich. Ich habe gehört, da gibt es Chunk, das geht. Ja, da gibt es Chunk. Ja, genau. Und dann bleibt noch die Frage an der Flix. Willst du das Lockpicking-Set oder den Snowden-Film Citizen Four? Lockpicking-Set. Das Lockpicking-Set. Dann bleibt der Snowden-Film. Für den vierten Platz. Und mit Minuspunkt. Ich hatte gesagt, dass ich hier nichts zu suchen habe, oder? Moment. Aber immerhin ein schöner Film. Kann man nicht oft genug angeschaut haben. Ja, also wir sagen Dankeschön. Wir hoffen, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Und jetzt noch einen schönen letzten Kongresstag. Danke. 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 Machines Untertitelung des ZDF, 2020